einen wunderbaren guten morgen liebe traderinnen und tradern und damit herzlich willkommen zum vierten handelstag der woche heute ist feiertag in den usa ich denke das werden wir an den märkten auch merken wie ich das gestern schon erwähnt hatte das ein bisschen an volumen fehlt und wir haben gestern auch gesehen die kleine feiertags stimmung an den großen indizes in den usa ist gestern passiert was wir so häufig sehen ich zeige das gleich mal hier im webinar olaf guten morgen und von meiner seite herr auch rolf auch hier allen die nach und ja mit hier zuschauen wünsche ich auf alle fälle gute trades und wer hier live dabei ist und eine frage hat einfach in die chats hinein posten ich schaue dann rein und kann dann entsprechend gerne auch direkt auf ihre fragen antworten oder den ein oder anderen wunsch hat direkt auch mit erklären bevor wir mit dem ja inhalten loslegen der risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren das bitte ich hier als risikohinweis auch zur kenntnis zu nehmen der ist auch eingeblendet von der seite her passt das gut zusammen was war gestern an den märkten wir haben es gesehen der tag ging eigentlich relativ schön auch los das haben wir auch im dax gesehen der morgen fing klasse an es schob alles nach oben im dax auch alles wunderbar kein problem wenn wir das mal sehen der dax fing hier morgens an den aufwärts trend zu schieben hat dann korrigiert und lief alles fein nach oben alles echt wunderbar gucken wir mal kurz in die usa ja da sieht das ganze sag ich mal ein kleines bisschen anders aus wenn wir uns mal die kerze von gestern anschauen hier es ging schön hoch und dann zack ging es am abend wieder deutlich nach unten das sehen wir auch hier in den stunden kerzen hier da haben wir es zack ging es rutsch nach unten der tag hat sich schön nach oben entsprechend entwickelt ja und dann zum handelsschluss ab ging es nach unten ab ins wochenende ins verlängerte wochenende da will einfach keiner die risiken mitnehmen und so hat sich der markt hier gestern in den usa verabschiedet das heißt die tagesgewinne die angelaufen sind sind wieder abgegeben worden wer das ganze sich anschaut hier ist der abwärts trend verlauf da der abwärts trend ist weiter hier auch intakt in der stunde das heißt von der schönen umkehr hier auf stundenbasis für den tag haben wir erstmal nichts da müssen wir noch ein kleines bisschen warten gutes aber wir haben keine tieferen tiefs sondern hier leicht höheres tiefs vielleicht vielleicht kriegen wir hier ein szenario über sie hatten aber gut das werden wir sehen dass wir die zukunft zeigen auf alle fälle mal ist es schön zu sehen dass der markt heute morgen zumindest in deutschland hier da anknüpft wo er gestern auch weiter gemacht hat allerdings hier sie sehen wir hatten hier ein tieferes tief das heißt einfach nur trendfortsetzung jetzt wieder gegenbewegung wir schauen was kommt aber bevor wir hier diese sachen machen möchte ich natürlich mit ihnen heute gerne noch die aktuellen handelsideen besprechen wir haben heute euro austral dollar in den charts wir haben euro türkische liere habe ich mal wieder reingenommen ist eine interessante geschichte die sich dort entwickelt und britischer fund japanischer jen da schauen wir rein sobald wir die mini mini übersicht mit den tagesnachrichten gesehen haben hier wir haben heute um 13.30 den geldpolitischen bericht also den bericht des geldpolitischen treffens seitens der ezb den gibt es hier in den usa findet heute eine pressekonferenz der opec statt und um 18 uhr spricht ezb mitglied märsch das kann auswirkungen auf entsprechend hier die währung auch haben also hier wichtige sachen die pressekonferenz der opec auch sehr spannend öl ist immer wichtig gestern haben wir wieder eine zunahme der lagerbestände vermeldet bekommen also wir sehen es ist momentan einfach weniger nachfrage nach dem öl da woran auch immer das liegen mag ich habe jetzt nicht eruiert warum die lager so voll sind ob einfach weniger rein herausgenommen wird oder ob mehr zu viel reingetan wird das habe ich nicht geschaut aber wir sehen was der ölpreis ja auch macht der sind ganz ordentlich mario fernando einen schönen guten morgen von meiner seite aus gut also schauen wir mal in die charts hinein klick hier drauf auf den tickmel stereo trader beziehungsweise hier den mt4 mit dem stereo trader addon das nutzen wir immer hier weil der stereo trader hat wirklich ein paar feine gimmicks hat die wir hier deutlich besser nutzen können und was wir jetzt machen ist wir gucken uns jetzt nicht den dax an sondern wir gehen direkt in die handelsideen rein wir starten mal mit dem euro austral dollar den hatten wir ja schon ein paar mal hier der hat einen schönen rutsch gemacht ja hier feine geschichte hatte ich alles schön erklärt konnte man wirklich sehr sehr schön traden jetzt kam es hier unten zum rebound auch alles wirklich schön nach mehr ich will jetzt nicht sagen lehrbuch gelaufen aber es ist halt faktisch wirklich so nach solchen starken schüben kommen halt auch mal korrekturen wie wir es hier hatten hier schöne korrekturen nach oben konnte man auch schönen korrekturkanal zeichnen gestern nun gestern gab es hier das umkehrsignal ich zoome das mal ganz kurz etwas weiter rein also hier aus klassischer trendtechnischer sicht gestern gab es das umkehrsignal der trend auf stundenbasis also den den wir hier drinnen sehen der ist gebrochen also alles wirklich fort jetzt ist hier schub nach unten die kerze die wir jetzt aktuell heute sind ist erst einmal nur korrektur aus dem ganzen sie hören mich schon reden in dieser in dieser geschichte rein klassischer handel aus der korrektur in trendrichtung gibt uns jetzt hier die chance sobald der markt wieder runter läuft in die richtung nach unten entsprechend auch zu traden was haben wir da liegen na klar wir haben hier das thema der tagesliefs warten sie mal die liste die linie muss sich mal ein bisschen verziehen hier nach unten zack so hier haben wir das tagestief von gestern bei ungefähr 1 56 595 da müssen wir drunter der markt muss wiederum trainierster anlaufpunkt auf dem weg zum trendtief hier das trendtief haben wir bei 155 191 das sind dann entsprechend gerne mal genommen die tagestiefs und hier haben wir die tagestiefs liegen zwei stück relativ nah aneinander wenn wir erstmal da sind ja bis dahin ist schon noch ein stückchen platz die liegen dann bei 155 768 und 155 540 nun kann man sagen mensch wie so ein nehme ich die denn hier rein die sind ja doch noch ein ganzes stückchen weg aber gucken wir uns mal diese kerzen an was wir hier momentan an schwankungsbreiten haben dann liegt das ganze schon in greifbarer nähe einfach bezogen auf die aktuell laufenden schwankungsbreiten das ist das was wir hier sehen und deswegen können wir diese sachen auch mit rein nehmen nach oben hin wenn diese korrektur doch noch tiefer laufen sollte ja dann wird es sich natürlich wenn wir das jetzt hier nach oben mal sehen wenn wir hier oben drüber laufen über das tageshoch von gestern und diese kerze hier komplett negieren das hoch hier war gewesen bei 157 832 bildet sich untergeordneten aufwärts dran der kann dann erst einmal natürlich hier oben noch das nächste tageshoch oder die nächsten tageshochs hier anlaufen hier haben wir zwei liegen um die 158 295 und dann hier kurz vor diesem widerstand bei 158 7 da ist einiges noch an tageshochs mit abzuräumen hier in diesem bereich und dann haben wir schon entsprechend dieses widerstandslevel das kommt ein bisschen aus der historie hier aus diesem schub oben raus dass jemand dass das wäre das wenn ein aufwärtstrend hier entsteht der könnte das ganze schon etwas weiter nach oben führen haben wir aber momentan noch nicht von der seite her braucht man das thema aufwärtstrend noch nicht zu spielen aber es kann passieren deswegen müssen wir es definitiv mit auf der agenda haben weil dieser markt kann sich ja natürlich auch mit rumdrehen und um mal zu sehen was hier gerade gehauen und gestochen wird schauen wir jetzt noch mal in den stundenchart hinein und hier sehen sie was ich entsprechend damit meine also hier hat es den markt nach oben geschoben und wenn man mal schaut wo ist denn hier ein wirklich signifikanter bereich wo man eine unterstützung gehabt hat das war hier dieser bereich um diese marke wo haben wir es wir legen mal kurz das zahlenwerk auch mit rein so hier grob um die 156 856 das ist der punkt da ist der markt jetzt drunter gelaufen hier der abwärtstrend hat diesen widerstand rausgenommen ist auch deutlich drunter gelaufen hat auch ein paar stunden drunter konsolidiert jetzt sehen wir hier korrektur des ganzen die korrektur sie wissen sie kann hochlaufen bis entsprechend hier dieser dieses korrektur hoch rausgenommen wird da haben wir die marke oben liegen um die was liegt hier oben ungefähr 157 657 so in diesem dreherum da darf es nicht drüber gehen sonst ist dieser trend wieder geschichte das heißt das wäre dann dieses hin und her und dann eher die möglichkeit hier entsprechend ja dass wir nach oben weiter laufende korrektur kurse sehen also der tag der abwärts gerichtet ist dass sich dort die korrektur weiter nach oben ergibt oder sich untergeordnet sogar ein aufwärtstrend hier in den markt schiebt das heißt hier sehen wir die korrektur und hier oben irgendwo wird sich entscheiden wie es dann entsprechend weiter geht dreht der markt runter dann eher die unterseite hier in den support unten rein dreht der markt hoch dann haben wir die oberseite liegen und dann können wir auch mal im stunden chart gleich sehen was noch an punkten mit drin liegt hier sehen sie nämlich diesen trend verlauf nach unten hin also wenn wir tatsächlich hier oben drüber laufen und die stunde sich weiter nach oben fortsetzt dann fängt die korrektur im tag an nach oben weiter zu laufen und dann haben wir hier entsprechende marken die man schön mitnehmen kann um das ganze hier nach oben mit zu treten sie sehen schön die korrektur hoch hier in diesem laufenden abwärtstrend das ist ein wichtiger punkt und das ist das was wir hier entsprechend auch sehen bleibt wirklich sehr sehr spannend hier wie der markt sich entscheidet definitiv ein mehr ein hauptmerk zum drauf schauen hier kann ordentlich bewegung reinkommen hier müssen wir ein bisschen geduldig sein weil der austral dollar ja der braucht manchmal auch ein kleines bisschen bis er sich dann entscheidet das haben wir ja hier unten gesehen hier lief es runter dann gab es einen brutalen schub nach oben und dann kam der richtige rutsch nach unten und das passiert bei dieser währung immer immer wieder muss man einfach drauf gefasst sein also das hier zum euro austral dollar nächster wert den wir uns anschauen hier euro türkische lira die ging ja eine weile nicht zu handeln aber seit geraumer zeit geht sie wieder zu handeln und hier habe ich das ganze auch beobachtet die lira ist ja massiv geschwächt gewesen durch diese ganze sage ich mal politische situation und die wirtschaftliche situation in der türkei aber das hat sich alles wieder sage ich mal reguliert ist etwas zur ruhe gekommen sie sehen wie der markt hoch gespiked ist hier an dieser stelle und dann ging es hier stück für stück nach unten jetzt haben wir hier dieser trend der läuft sehr sehr schön nach unten und innerhalb dieses laufenden trends sehen wir hier momentan eine situation wo sich hier unten um den bereich von 6, was haben wir hier 6 0 4 6 1 2 hier unten diese marke diesen grünen bereich das ist der bereich den wir hier entsprechend als support momentan haben der hat jetzt schon häufiger gehalten und immer wieder dafür gesorgt dass die preise hier so ein bisschen nach oben angestiegen sind aber wir sehen auch gleichzeitig von oben hier habe ich mal angedeutet mit dieser fallenden linie nach unten dass ich hier so ein dreieck bild so ein fallendes dreieck dass wir druck von oben bekommen und dass die schwankungsbreite hier immer kleiner wird und wenn wir uns das mal anschauen das heißt dieses korrekturmuster dieses abfallende dreieck was wir haben in der verortung des abwärtstrands den wir jetzt hier haben des schubs von oben nach unten heißt das also eine ganz reguläre auflösung würde eher den weg nach unten vorsehen das heißt wenn das ganze hier unten regulär aufgelöst wird bricht der markt hier durch diesen support bei 6 0 46 12 durch nächste anlaufpunkte wäre dann relativ nah schon hier drüben thema tagestief bei 5 99 653 hier unten in diesem bereich beziehungsweise das nächste tagestief haben wir dann hier unten bei 5 88 3 1 8 und dann haben wir hier hier schon so ein support level sie sehen das ist ein markt da hat der markt schon das ein oder andere mal dem ganzen etwas an beachtung geschenkt und das kann auch hier wieder passieren das heißt wenn wir hier runter brechen während die tagestiefs beziehungsweise dieser support bereiche unten erste mal anlaufpunkte die man sich als händler sicherlich ins buch schreiben kann für eine vernünftige trade planung nach oben hin wenn es doch nach oben schieben sollte und der markt doch hier oben raus bricht und die gegenrichtung nach oben hin erst einmal wieder anläuft haben wir hier relativ naheliegend dann entsprechend zwei tages hochs die ich mal in beachtung ziehen würde das heißt das wären hier die 6 20 1 97 hier stehen in dem bereich auch noch ein paar andere und dann haben wir hier noch dieses tages hoch vom 9 november das licht bei 6 28 344 das mal als kurzfristige anlaufpunkte sie sehen auch selber wenn es dann deutlich nach oben laufen würde das ist dann aber mittelfristig das hat jetzt nichts mit dem kurzfristigen zu tun das heißt wenn sich das ganze hier unten rumdreht und der markt doch wieder nach oben tendiert das heißt die lira deutlich schwächer wird dann sehen wir natürlich steigende kurse anlauflevel wäre dann das ganze hier im großen bild sehen wir jetzt halt dabei diesen großen schub zu ende zu korrigieren jetzt kommt es wirklich darauf an was der markt hier daraus macht also das zum euro türkische lira und dann kommen wir in den dritten währungs chart den ich heute für sie vorbereitet habe und zwar ist das britischer fund japanischer yen hier wieder blick sozusagen nach asien hier sehen wir sehr schön wieder weit die level wir haben oben das top sozusagen von diesem trend von dieser letzten starken bewegung gehabt hier der deckel oben drauf bei 1 49 5 9 8 unten drunter hier haben wir eine unterstützung hier dieses tief im trend das erste korrektur tief sozusagen bei 1 42 7 5 2 in etwa und hier jetzt tief runter gelaufen hier unten rein und momentan scheint sich hier um den bereich von 1 44 0 18 ein support zu ja bilden der tatsächlich auch der nährboden dafür sein kann so habe ich im blog auch geschrieben den markt den markt hier etwas nach oben zu bringen spielt des währungspartners also greifen die händler hier zu gehen also wieder in richtung die kurse steigen zu lassen haben wir das tagestief von gestern erstmal was wir definitiv überschreiten müssen das ist hier die marke von 1 44 8 8 9 ich klemm da auch gleich mal noch ein kleines fähnchen dran so da haben wir ungefähr so diesen bereich also da wollen wir in etwa drüber ganz grob was danach kommt hier tageshochs haben wir zwei stück liegen um die marke von 145 3 3 2 3 3 4 in diesem bereich hier oben haben wir einen widerstand bei 1 46 0 61 also das wären mal marken hier erst einmal kurzfristig nach oben wenn der markt sein massiv bewegendes momentum allerdings beibehält ja dann spricht auch überhaupt nichts dagegen das was es hier als schub nach oben gab als schub nach unten gab es kann ja wieder genau so einen schub nach oben geben da gucken wir noch ein bisschen weiter wenn der markt hier wirklich deutlich ausholt dass wir hier oben noch ein paar tagestiefs haben ja die etwas weiter liegenden tagestiefs liegen hier bei 147 8 1 9 beziehungsweise das nächste dann bei 148 4 2 3 und dass der markt so was macht haben wir ja in der vergangenheit auch schon gesehen und was halt interessanterweise auch zu sehen war hier schaut mal wie diese umkehr hier ausschaut wie diese umkehr hier ausschaut das das sind ähnliche bilder hier wurden dann plötzlich auch die kerzenschwankungen etwas kleiner so ähnlich wie wir es hier unten gesehen haben und dann schub nach oben vielleicht passiert das jetzt wieder ansonsten bleibt der markt schwach läuft er nach unten dann bricht er hier diesen kleinen support durch auf der unterseite mit blick für die szenario planung haben wir dann die tagestiefs hier um 143 6 2 1 beziehungsweise hier unten die 143 2 1 0 liegen bevor wir dann als nächstes wieder diesen support hier unten testen mal schauen was der markt hier macht auf alle fälle hier auch wieder interessante drehpunkte in dem level wo wir uns hier gerade bewegen das zu meinen heutigen handelsideen ich schaue gerade mal in die chats hinein fragen gibt es aktuell keine heißt also die handelsideen für heute sind durchbesprochen morgen früh gibt es wieder handelsideen dann allerdings aus frankfurt da wird das bild vermutlich mal als kamerabild wieder aus sein ich denke der rest wird allerdings relativ normal funktionieren das heißt ich stelle am frühen morgen die handelsideen ein es könnte diesmal unter umständen passieren dass ich die handelsideen schon am späten abend heute einstelle muss ich mal schauen es kommt immer so ein bisschen drauf an wie das thema internet hier auch in frankfurt funktioniert auf alle fälle den blog eintrag gibt es und dann sehen wir uns morgen früh um halb neun beziehungsweise hören wir uns um halb neun hier wieder mit bild und ton sozusagen ich freue mich drauf allen einen schönen tag und morgen geht es dann nach dem webinar hier für mich direkt zur world of trading um dort direkt dann auch mit dem ein oder anderen zu sprechen ich freue mich drauf bis dahin allen eine gute zeit machen sie es gut tschüss ihr am excited bye bye